Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu HiSteria. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Pteranodon, nachdem unser ja einfach weggefressen wurde, ohne dass ich irgendetwas machen konnte. Da sind wieder welche. Alles gut. Probieren wir doch jetzt mal... Och, nicht du. Ein bisschen was Besseres. Wäre schön. Wie sieht eigentlich meine Rüstung aus? Ah ja, locker. Du da. Oder du da. Kommt mal runter. Kann ich mal eigentlich... Habe ich genügend für ein Speiglass? Nee, Wut. Oder ist heranzukommen? Da ist ja heranzukommen. Moment, jetzt gucke ich mal kurz. Ja, ja. 20. Das ist sogar unser, glaube ich. Ernsthaft? Das müsste der sogar sein. Komm schon. Das war kein Treffer. Ist klar. Diese... Diese... Nein! Oh Gott. Mist, Fee. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ja. Mist, Fee. Einfach nur Mist, Fee. Ich wusste ja, dass der hier irgendwo rumrennt. Versuch, ich bin das natürlich nicht vorgestellt. Erstmal hier... Spyglass. Ach, ich dachte gerade, aber es ist nur ein Daimorphodon. Ich dachte gerade. Ich will jetzt eigentlich... Ist der eine da jetzt gelandet? Nee. Schön wär's. Aber welches Level bist du? Ja. 20. Und sogar fast K.O. Oh, sehr gut, sehr gut. Äh. Bola. Okay. Du wirst es jetzt aber. Geht doch. Alter Schwede. So. Alter, hänge ich hier jetzt erstmal fest. Oder kommen sogar auch Supply Drops runter. Das war ja jetzt... Das war ja jetzt... Hörli. Das war nicht in meinem Sinne. Okay. Klasse. Und wetten, der kann gleich nicht so viel tragen. Oh Gott, das will... Vor allem erst, dass sie so leer aus von den Dinos hier und auf einmal... Ja, ne? Unfassbar. Trotzdem möchte ich irgendwie dann noch einen Archie. Muss ich mal gucken. Oder ist dieser Lut außen? Vielleicht ist er auch außen. Haha. Ich hab's gewusst, dass wir noch... Oh. Oh, das ging jetzt schnell. Hi. Dass mir noch irgendein Kano anfällt, ne? Ist doch echt... Echt ein Witz. Ah, ne. Ach, Level 20. Okay. So. Okay. Sind wir zu schwer? Nein. Geht. Okay. Hat man unserem Tyranidum eigentlich schon einen Namen gegeben? Ich glaube nicht. Ist mir ein bisschen... Gewicht. Ich glaube... Dann können wir aus der Höhle hier jetzt auch erst mal raus. Ich glaube... Das reicht jetzt erst mal so. Hier sind wir eben noch lang. Ja, ich denke, da werden wir jetzt erst mal rausfliegen. Aber nicht schlecht. Ja. Ja. Okay. Wir können die Rückreise antreten. Oh, ich wollte eigentlich Stamina. Naja, gut. Naja, gut. Da haben wir doch schon was Tolles entdeckt. Und wie gesagt, dann können wir hier auch herkommen. Und Kristall ist zwar ein... Oh, habe ich mich gerade erschrocken? Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Es war ein kleiner Weg. Aber fürs Erste hätten wir da ja erst mal eine Quelle. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Halleluja. Das kann er doch nicht mit mir machen. So, dann müsste hier doch irgendwie... Ja. Der Ausgang sein. Okay. Schön. Schön, schön. Haben wir doch was Tolles entdeckt. Okay. So. Wenn wir es jetzt auch noch irgendwie schaffen, einen guten Archie mitzunehmen. Dann war das doch schon gut von Erfolg gekrönt. Was ist jetzt Stamina aufladen? Haha. Allerdings muss ich dann halt auch einen guten Archie jetzt finden. Oh. Oh. Heißt das, man kann von hier auch rein? Oder ist das eine andere? Schaue ich mir gleich an. Ich werde mal kurz gucken, weil hier die Archies so ziemlich alleine sind. Zwölf. Zwölf. Ich will die halt jetzt nicht in so einem totalen Tumult drin haben. 64. Ja. Ah, da ist noch einer. Zwölf. Ach, zwölf. Hm. Hm, der 64er. Hm. Hm. Gut. Dann gucken wir jetzt erstmal, ob das dasselbe ist. Hm. 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 Ach, das ist derselbe. Okay, es gibt mehrere Ein- und Ausgänge. Na gut. Also Metall und Kristall, da mangelt es uns auf jeden Fall nicht dran. Da wissen wir, wo wir was bekommen. Allerdings müsste ich halt wirklich dann, um dann mehr mitzubekommen, halt ein Archie haben. 52. Und du? 12. Der ist da so relativ... Oh. Oh, Moment, da scheinen zwei zu sein. 12. 24. 60. 60, was tut der da? Und Obsidian haben wir ja sogar auch schon gefunden. Okay. Ich frage nicht, was du da tust. Du? Wo ist er jetzt? Da. 12. Viele sind hier irgendwie da mit 12. Aber was tut er da? Aber gut, das könnte ich probieren. Okay, das ist... Ich frage nicht. Allerdings... Ich habe etwas Angst, dass die sich da gleich alle so draufstürzen. Ich will den da erstmal wegschaffen. Nichts, dass er mir dann in die Quere kommt. Okay. Dreht er sich jetzt nicht mehr? Bist du das? Ja. Okay. Was tut er da? Ist doch ein bisschen sehr hoch. Ich will auch nur einen Archie. Mehr will ich doch gar nicht. Wahrscheinlich... Spriggert das nicht. Hey, Kumpel. Ja, ja, jetzt bist du sauer auf mich, ist klar. Fogst du mir? Du folgst mir wunderbar. Ist hier safe? Scheint safe zu sein. Hier ist sogar auch noch Kristall. Komm her. Ja, ja, komm her. Oh, shit. Ich vergaß. Nein, 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 nein. Nicht, nicht. Oh, Gott. Oh. Oh. Ist dir das etwa jetzt? Du bist jetzt nicht K.O. Oh. Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das, ähm. Komm mal hier. Ja, komm mal hier. Weißt du? Ich dachte, es wäre ein perfekter Spot. Und was passiert? Nein. Boah, wehe. Du gehst zu meinem Vogel. Wehe, du nimmst den Vogel. Ich krieg die Motten, ne? Ich krieg die Motten. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Warum ist ausgerechnet an der Stelle? Oh, was war denn mit 96? 96er Archie! Was bist du? Ach, du... Oh, da... Oh, hier bin ich wieder. Ich weiß, wo ich bin. Perfekt. Perfekt! Ähm. Ich hab noch nicht mehr so viele Pfeile. Komm mal her. Get mad at me. Ja, ja, ja. Komm schon, werd sauer auf mich. Alles muss man selbst machen. Ich glaub's ja wohl nicht. Komm jetzt her. Ja. Ja, ja. Nein. Komm jetzt her. Das war kein Treffer. Willst du mich natzen? Das auch nicht? Äh. Ja, ja. Jetzt aber. Ja. Ja. Aua. Nicht wieder irgendwie... Alter, geh... Äh. Was ist das wohl? Äh. Da. Oh. Bitte jetzt nicht wieder beim T-Rex. Bitte nicht. Das... Ist ja wohl... Das ist... Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Äh. Ich mach die ganze Arbeit und für ihn fliegt das Futter vom Himmel. Das ist ja wohl... So, du da jetzt. Hast du jetzt die Skorpione hier beseitigt? Ja. Was ist er denn jetzt? Hallo? Ah. So. Du da. Jetzt aber. Das ist doch wohl echt ein Scherz. Das ist nicht... Nee. Ja, ja. Komm her. Komm her. Sei brav. Sei brav. Oh, Mensch. Gehen die? Gehen die mit? Archies? Ich hab's nie ausprobiert. Nee. Okay. Ist ihm egal. Oh, ich glaub, ich hab einmal meinen Tyranodon aus Versehen getroffen. Entschuldigung. Ich hoffe nur. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Geh auf mich lieber. Komm schon. Nein. Untersteh dich. Untersteh dich. Die krieg'n... Anfall. Komm her. Tyranodon. Komm her. Ja. Ja. Toll. Okay. Was ist er jetzt? Alter, ich hab noch nie solche Scheißprobleme, irgendeinen Agentar bis zu holen, ne? Wo ist der jetzt? Oh Mann. Das kann's nicht sein. Ernsthaft jetzt? Wo ist der? Das ist doch wohl jetzt echt ein Witz, ne? Die Folge ist auch eigentlich schon viel zu lang. Aber der... Der kann ich's nicht. Der war ja noch nicht bewusstlos. Ich bin grad echt so... Really? Ach, da ist doch ein 116er. Ich gucke mal, der ist von hier weggeflogen. Kann er doch eigentlich nicht so weit sein. Ich krieg'n Anfall-Sondergleichen. Was ist das denn? Echt? Ich hatte noch nie solche Schwierigkeiten, einen... Tyranodon zu zähmen. Eigentlich hätten wir ja schon zweimal einen haben können. Winter nicht. Mr. Rex gewesen wäre... Oh, Omnom für mich! Frisch serviert, ja! Toll! Und ich? Ich bin hier und hab immer noch keinen Archie. Alles wegen Mr. T-Rex. Oh. Na, das wird aber nicht sein, denke ich. Das ist er! Ich... Was zum Teufel! Und jetzt wahrscheinlich reichen meine Pfeile nämlich nicht mehr. Das ist doch echt ein Witz. 85. Holy! Okay. Wo ist er denn jetzt? Alter! War doch eben noch da. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Archie? Aha! Komm mal her. Okay. Jetzt aber, mein Freund. Jetzt aber. Komm her. Okay. Der macht mich rasend. Der macht mich rasend. Oh Gott, da ist ja auch noch ein Spino. Hallo. Ja, wenn, dann geh wenigstens weg vom Spino. Das ist ja noch ein Spino. Oh Gott. Komm her! Als ob der weiß, was einem blüht, denn kehrt er um. Mann, dein scheiß Torpor, Junge. Oder bist du ein Mädel? Weiß ich gerade nicht. Ist mir auch egal. Ich will den jetzt einfach haben. Der macht mich wütend. Der macht mich unglaublich wütend. Was machst du denn jetzt? Setz dich hin und... Setz dich hin und... Oh Gott. Einfach nur. Gott. Ja, ja, ja. 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 Genau. Genau. So. Wo ist er jetzt? Was ist er denn jetzt? Gott geht ja mir auf den Senkel, ne? Sondergleichen. Wegen ihm überziehe ich meinen Part und alles. Was ist er denn jetzt? Es ist er wahrscheinlich irgendwo gelandet und ich sehe es nicht. Ich meine, ich habe jetzt den Haufen Pfeile für ihn verbraten. Jetzt will ich ihn auch haben. Und der Agentar für es denkt so, ne, 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 ne. Nicht mit mir. Ist klar. Ich meine, er kann doch jetzt nicht vom Erdboden verschwunden sein. Wo ist der? Das finde ich jetzt echt nicht witzig. Ich finde das jetzt ernsthaft nicht witzig. Weiter. Archi? Archi? Oh cool, da könnte man hier so rein. Ja, aber ich brauche doch jetzt erstmal... Oh, hi. Das kann es doch nicht sein, dass du jetzt auf einmal spurlos verschwunden bist. Nein, aber das ist doch nicht der, ne? Das ist nicht unser... Oder? Bist du es? Oh! Oh! Ja, aber für den reichen ganz sicher nicht mehr die Pfeile. Apropos, wo ist der denn jetzt schon wieder? Alter! Oh! Ja, aber das schaffe ich nie im Leben. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich im Leben nicht. Komm, geh auf mich. Könnte ich eventuell, wenn ich immer Kopf treffe. Komm schon. Lässt doch mein... Huge disaster. Oh Gott, okay, ich bin nur so. Okay. Okay, okay. Okay. Das gibt es doch einfach nicht. Ja, hallo? Okay. Ach, Archie. Warum machst du es mir so schwer? Okay. Ja, vor allem erst, ne? Nach dem Motto, ich mach dich kalt und dann nee. Okay. Ist natürlich ideal, aber ich hab... Ja. Toll. Ja, toll. Hm. Bin ich jetzt noch mit den Fäusten... Ich bin verzweifelt, Leute. Ich will diesen Vogel. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ich habe ich auch mit den Fäusten... Ich bin...